herrlich wie die karosserie da verbogen ist einfach mal eiskalt reingedrückt ne ne ja freunde willkommen zurück zu gta online so sieht eine vergangene folge in einer neuen folge aus ja unser auto man hört vielleicht diese zischen im hintergrund das ding ist im eimer steht da eigentlich 6,5 6.5 sc ja super charged oder charger turbo geladen das schlachtschiff hier das ist eine maschine du aber irgendwo her will die power ja bekommen ne die so ein schlachtschiff antreibt motoren sind halt geil ja schönen gruß an robot motorsport an der stelle ja in dieser folge keine action doch action auf jeden fall aber nicht die die wir jetzt in der letzten folge hatten es geht jetzt an die jobs die ich mir darunter geladen habe ich guck mal eine war da nicht meine jobs markiert ne das sieht schon übel aus hier kann man auch vorwärts blick er machen wir mal das stimmt lustig wenn die server mitspielen ne vor ein paar folgen haben sie nicht mitgespielt aber ich fahr ja immer noch folge 385 der zug das war einfach nur zu geil da die bahn standard supersportwagen runden zwei lassen wir einfach mal alles so ich lade mal alle aus aktueller sitzung ein johnny storm blockiert warum blockiert kann man den ich einladen er ist dann hält um ne da wo ameisen sonnen erwartet so was anderes glaub ich Hey, muss ich den jetzt so einladen? Ich mach mal ne Ausnahme Wo haben wir ihn denn? Da Er will nicht Okay, kann ich auch nichts für Oder ist der gesperrt Für Jobs Das kann auch sein Ich sonst würde ich Sonst weiß ich auch nicht Was da los ist Ich lade jetzt einfach irgendwelche Crewmitglieder ein Hm, komisch Johnny kann nicht ran Kommen Wir warten bis Ungefähr Sagen wir mal Viereinhalb Minuten Dann starten wir einfach Das ist ja geil Oh, shit Habt ihr das gehört? Das ist geil Ja Der Krumelkeks Wahrscheinlich soll es Krümelkeks heißen Wie es aussieht Wird's hier nicht relativ voll Deswegen starten wir jetzt eigentlich einfach Tja Schade Egal Zu viert wird das vielleicht auch irgendwie klappen Ist gleich schon spät Und die Ferien sind jedenfalls in meinem Bundesland hier vorbei Der goldene Terror-Adder Schlägt wieder zu Da hat mich jemand darauf hingewiesen Der eine Titel Hieß ja Goldener Terror-Adder Die jeweils die Anfangsbuchstaben ergibt GTA Das war wirklich Zufall Das war wirklich Zufall Der goldene Terror-Adder GTA Huch So Los geht's Harts Oh Oh Alter, wie ist er denn da so rübergekommen? Wah Ja, die Autos Kommt mir alles irgendwie ein bisschen schneller vor Naja Oh Boah, hab ich mir fast auf ihm gelandet Da hätt's hier Guckensalat gegeben Es ist vielleicht klüger Nicht so viel Gas zu geben Dann werd ich vielleicht auch noch erster Weil dann flieg ich nicht so hoch Schauen wir mal Ich könnte sogar schaffen, so auf der Rampe wieder zu landen, dass ich direkt Vollgas weiterfahren kann Huch Passt schon Gurke Eigentlich hat's uns ja in die richtige Richtung gelenkt Ja Wenn man noch langsamer rüberfährt, klappt's Oh sorry Fuck Na Jawohl Ja Nein Scheiße Wow Mist Hätte klappen können Hat aber nicht geklappt Ich war ein bisschen zu Ja Schräg Wär ich besser geneigt gewesen, hätte ich das perfekt hingehauen Vielleicht diesmal Ne Zu schnell Egal Zweiter Zweiter werden wir vielleicht dann doch noch Mies Ich hab bestimmt was am Auge gehabt, kommt mir alles so schnell vor heute Warte Warte So Oh Wie der sein Auto aussieht Au Aua Tja, so geht's Ist auf jeden Fall nicht schlecht das Rennen Mit 16 Spielern vielleicht ein bisschen Naja, nicht so schön wegen den Crashs Da müsste man vielleicht dann auf Öl Wie heißt's Kein Kontakt stellen Ja, aktualisieren Immer der Reihe nach, Leute, hören wir mal das mal Ne Mission Wenn immer mal wieder so ne äh editierte Falsch Grammatisch Falsch Ja, so ein editiertes Rennen werden wir hin und wieder mal machen. Oder ein editiertes Event, wie auch immer. Geralt, immer der Reihe nach. Ich habe hier eine Kleinigkeit, bei der ich Hilfe brauche. Eine Liste mit Ballas, die ausgekippt werden müssen. Halte dich an die Reihenfolge, die ich dir vorgebe. Das ist doch die Mission, die bei uns mal gefreezt ist, ne? Erst Big T, Little T, Small F, dann Terrence. Genau, wir wollten die mal starten und da ist die Xbox abgestürzt. Jo, also Big T, Little T, Small F, T, T, F, T, eigentlich. T, T, F, T. Big T, B, T, T. BLST, merken wir uns mal. Erst Big T, Little T, Small F, dann Terrence. Wahrscheinlich müssen wir uns das gar nicht merken, weil wir eh angezeigt bekommen, wen wir als erstes killen. Big T, Little T, Small F, Terrence. Alter, nicht vergessen, ey. Ich vergesse sowieso wieder. Big T, Little T, Small F, Terrence. Big T, Little T, Small F, Terrence. Und Philipp. Die mit ihren Supersportlern sind doch eh viel schnell. Ach, das ist ja da vorne. Neudo-Clips. Ah, toll. Das habe ich ja gar nichts zu tun hier in der Mission. Ich kann einfach rüber schießen. Big T wurde ge-teabagged. Er hätte doch einfach einsteigen können. So als Crew wäre praktisch. Als Vorpferd nimmt er uns den Spaß, weil wir da nicht sehen, was da abgeht. Falls er den Skill hat, da aufzuräumen. Vielleicht wird er auch einfach ausgelöscht. Kann auch sein. Alter, jetzt auf Zeit. Okay, dann gib Gas, mein Freund. Habe ich nichts gesagt. Habe ich gar nicht gesehen. Moin, moin. Wat geht? Hab Nutella gegessen. Okay. Mist. Der Wagen ist nicht schnell genug. Einfach wegsprengen und los. Ja, der macht das. Schade. Habe nichts von. Wieder einfach mal die Räder lagen. Wir sehen gleich eh nur ne Explosion. Das war's. Schade. Das mag ich nicht. Toll. Aber was sollen wir machen? Ich kann ihm ja nichts sagen. Ah, einfach so auf Abbiegen. Ey, ich hab'n Motorradfahrer nicht umgefahren. Ein Weltwunder. Ich hab' nichts gegen Motorradfahrer. Aber hier im Spiel mach' ich das irgendwie gerne. Keine Ahnung warum. Dat war's. Wow. Dad. So. Tja, vom Hotel bekommen wir wahrscheinlich auch nichts mit. Ich glaube, zeitlich wird das locker reichen, auch für uns, aber es fährt ewig vor. Naja, Logik. Ja, Affenzahn drauf hier. Warum steigst du nicht einfach bei mir ein? Nein. Mach keinen Miesen. Wow. Wow. Oh, shit! Get it! You ain't ready for this! You ain't going nowhere! Man, what the fuck you over here for? I keep it here for! Well, I don't know. You're a little bit like Jay. Geist, fly! So, den da hinten erledigt er wohl noch. Sauber, coole Mission. Huch, steh ich in der Luft oder was? Geil, hat Spaß gemacht. Bisschen Action hier, muss auch mal sein. 14.000, joa, läuft. Rang, ist doch eh scheißegal, ob ich jetzt Rang 3, 4, 1000 oder was weiß ich bin. Man kriegt sowieso nichts mehr für den Rang, der Rang ist total egal. Nach 120. So. Titi-Twister, was? Wir sehen uns in der nächsten Folge mal wieder mit einem Custom Race. Bis dahin, viel Spaß im Kanal. Oh, jetzt wäre mir fast der Controller weggeflogen. So, tschüss.